Cool, ich bin mitten in der Stadt gespawnt. Hammergeil. Bei mir scheitert überall die Confirmation auf Changes. Verbindung ist bescheitert. Bei 1 bis 15. Okay. Ich bin leider mitten in der Stadt gespawnt. Irgendwo. Und habe nichts. Ja, naja. Prima. 1 bis 15 ging nicht, ne. Jetzt hörst du aus, als würde ich auf einen anderen Server draufkommen. Warte auf Host. 1 bis 15 ging nicht, ne. Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich gerade draufgeklickt habe. Also ich konnte jetzt auf irgendeinen Server connecten. Gehen wir auf Beenden. Warte mal, ich mach mal Ne. Und wenn man auf P gedrückt hat, hat man doch die ganzen Spieler gesehen. Vielleicht sieht man ja auch den Server. Wuuuiaaum. Ich muss jetzt erstmal Zombies abhängen. Wuuuiaaum. Ich bin ja in irgendeiner fucking Stadt. Ich weiß nicht welches es ist und ich sehe weit und breit keine Küstenlinie. Wunderbar. Ist natürlich ein super Ausgangspunkt. Hier wimmelt es von Zombies. Toll, derselbe Zombie, den ich eben abgehangen habe, der rennt jetzt wieder auf mich zu. Wie kann denn das sein? Ist mal ein anderes Server. Ja. Oder weißt du, dass es derselbe ist? Weil der genau an dem selben Punkt stand, wo ich den anderen abgehangen habe. Achso. Schein aber um uns wie eine kleine Kinder zu spielen, ne. Ja. Wollen die Leute, die wir gehört haben, der Typ, der mit uns da auf dem Server war. Na, der war, also so jung war der nicht. Ich schätze ich vielleicht maximal auf 18. Ja, ich schätze ich auch. Also so halt älterer Teenager. Renten wir immer noch nach? Ne. Das wäre ich nicht abgehängt. Oh, hier ist ein Wasserloch. Vielleicht kann ich damit was anfangen. I gonna try the swim animation. Okay, I don't have to swim. I am Jesus. I just mock over the water bitches. What is this? Wie die Zombies aus 5km Entfernung aus der ganzen Stadt kommen, die auf mich eingestürmt. Ja, wenn du nicht können, aber nicht. No, du stinkst halt wie Mocker. Ja. Ich bin ja auch ne Schwarze. Ja. Da wird man ja wohl ein bisschen nach Mocker riechen dürfen. Riechen dürfen. Wenn man an meiner Schokoladenhaut knabbern. Aha. Leck mich am Mocker, jung. Leck mich im Mocker. Oh, ne Schaufel. Das war auch das Erste, was ich in meinem letzten Try gefunden habe. Ne Schaufel. Was jetzt? Was? Schaufel am Start. Und Sardinen oder sowas. Ah ne, Duct Tape. Warum das Duct Tape heißt, wir es bis heute kennen. Ah, rot heißt so. Oh, ist das ein Brunnen? Kann ich da eigentlich Wasser... Oh, der.... Oh, HonestAdbär. Was Du wieder alles findest, ja. Ich guck halt in die richtigen Stellen, aber... Ich bin in einer Stadt und die Stadt hat sogar eine Kirche. Und das ist extrem gut, weil eine Kirche fetten Loot hat. Ich war vorhin in einer Kirche drin, das war ein Raum und das war es gewesen. Ja, ja. Da war nichts drin. Ey, die rennen mir immer noch hinterher. Die sind schon so weit weg. Ich hab die schon gar nicht mehr gesehen und die rennen mir trotzdem noch nach. Wie kann denn das Sinn? Das ist doch unmöglich. Das ist doch... Also... Ich würd sie ja umboxen, aber ich glaub, sie boxen mich um. Okay, was soll's. Ich bin eher an einem Scheißplatz. Ich versuch sie einfach umzuboxen. Komm her. Komm her. Komm her, Moody. Komm her. Okay, die... Bam! 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 Ich hab sie umgenutzt, aber jetzt kommt der Zweite auch noch und ich blute. Ich glaub, ich lass mich einfach essen. Ich hab jetzt eine Schaufel und Handschuhe von... bin immer noch durstig. Oh, ich hab was Raps machen sollen. Nimm deinen Schaufel in der Hand und guck, wo es herkommt. Wenn man rechts klickt, läuft man langsam. Bei mir. Okay. Und wenn ich dann wieder rechts klicke, läuft ich wieder nochmal. Ah, da haben wir nen Rapper. Okay, bitches, ich mach euch platt. Kommt her. Kommt her, ich nehm euch bei. Bam! Bam! Ich hau dir ins Gesicht. Beating. Put it over here. Late on the fucking ground, it's fucking T-Shirt. Fuck you. Boom. Die machen mich kaputt, die beiden Zombies. Ich blute und hab nichts, womit ich mich verbinden könnte. Ja. Was ist... So geht's mir auch, deswegen mach ich grad die Zweite-Boxen. Was ist denn mit meinem T-Shirt? Wieso hoff ich mich schon nicht zerreißen?